Zwischen Hamburg-Harburg und dem Hamburger Hauptbahnhof werden in der nächsten Zeit mehrere Eisenbahnbrücken erneuert. Dieses Video gibt einen aktuellen Überblick. Zuerst einmal eine Übersicht. Die Bahnstrecke zwischen Harburg und dem Hauptbahnhof ist eine der am stärksten befahrenen Strecken in Deutschland. Auf ihrem südlichen Teil ist sie 8-gleisig ausgebaut, auf dem nördlichen 6-gleisig. Erst in Dresden gibt es wieder eine ähnlich leistungsfähige Elbquerung im Schienennetz. Viele der Hamburger Brücken erreichen nun das Ende ihrer Lebensdauer. Sie müssen in den nächsten Jahren ersetzt werden. Aufgrund ihrer Wichtigkeit dürfen bei den anstehenden Bauarbeiten die Hamburger Gleise möglichst nur kurz gesperrt werden. elbinselbrücken-hamburg.de ist eine gute und regelmäßig aktualisierte Internetseite zum Thema. Nahezu alle Informationen aus diesem Video sind auch dort zu finden. Die meisten der hier genannten Projekte befinden sich aktuell in ihrer Planung. Für ein besseres Verständnis ist ein Überblick über die aktuellen Planungsphasen sinnvoll. Generell beginnt eine Planung erst dann, wenn ein ernsthafter Wunsch vorhanden ist, ein Projekt umzusetzen. Die erste Phase, Grundlagenermittlung, findet in der Regel am Schreibtisch statt. Dabei wird zum Beispiel ermittelt, welche konkreten Anforderungen an das Bauwerk zu stellen sind. Das ist zum Beispiel abhängig von der Geschwindigkeit und der Anzahl der Züge pro Tag. Mit Beginn der zweiten Phase, der Vorplanung, beginnen die Aktivitäten vor Ort. So finden unter anderem Untersuchungen des Baugrunds und bestehender Infrastruktur statt. Am Ende dieser Phase wird eine Vorzugsplanung erstellt und den Anlegern präsentiert. Diese können sich zu der Planung äußern und Einwände vorbringen. Mit den so gewonnenen Erkenntnissen geht es in die Phase 3, Entwurfsplanung. Dort wird die Vorzugsvariante angepasst und weiter detailliert. In der anschließenden Phase 4, Genehmigungsplanung, werden die endgültigen Pläne bei der Behörde eingereicht. In der Phase 5 wird abschließend der Ablauf der baulichen Umsetzung geplant. Auf dem Weg von Harburg zum Hauptbahnhof kommen wir zuerst an den Süderellbrücken vorbei. Bei ihnen handelt es sich um vier zweigleisige Brücken. Sie sind fast 350 Meter lang. Die drei östlichen Brücken sind problematisch. Sie wurden Ende der 70er Jahre in einer neuen, unerprobten Bauweise errichtet. Wie hier gut an der nordwärts fahrenden S-Bahn zu erkennen ist, besitzen die drei Brücken jeweils nur einen Träger in ihrer Mitte. Um Kosten zu sparen, wurde diese neue Brückenbauart in den 70er Jahren am Rechner simuliert. Die damaligen Programme konnten allerdings nur die statische Brückenlast berücksichtigen. Die dynamischen Lasten konnten damals bei der Simulation noch nicht berücksichtigt werden. Schon nach einer kurzen Nutzungsphase hat sich gezeigt, dass diese Brücken zu schwach dimensioniert sind. Vor einigen Jahren wurden diese Brücken bereits in ihrem Inneren verstärkt. Nach Abschluss der Optimierung konnte die Höchstgeschwindigkeit wieder auf 60 kmh angehoben werden. Weitere Maßnahmen zur Lebensdauerverlängerung sind nicht mehr möglich. Deshalb haben diese Brücken nun vorzeitig das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und müssen ersetzt werden. Inzwischen befindet sich das Projekt Süderelbbrücken in der Endphase der Vorplanung. Eine Vorzugsvariante ist erstellt und dem Betroffenen vorgestellt worden. Auf der Seite Elbinselbrücken Hamburg wird die Vorzugsvariante mit zwei Videos präsentiert. Die neuen Brücken werden von der Seite so ähnlich aussehen wie die jetzigen. Sie bekommen allerdings wieder zwei seitliche statt einen mittigen Träger. Aktuell ist geplant, jede der 344 m langen Brücken durch drei Teilbrücken mit Längen von 103 bis 150 m zu ersetzen. Auch die alte Harburger Elbbrücke, etwa 200 m flussabwärts, besteht aus mehreren Brückenelementen. Um den Bahnverkehr nur kurzzeitig unterbrechen zu müssen, ist geplant, die neuen Brücken neben den vorhandenen zu errichten. Nach Fertigstellung der neuen Brücken sollen diese dann mit Hilfe von Gleisverschwenkungen an das Schienennetz angebunden werden. Anschließend werden die alten Brücken samt Pfeiler und Widerlager abgerissen. Nun ist der Platz vorhanden, um die Pfeiler und Widerlager der neuen Brücken erstellen zu können. Zum Schluss werden die neuen Brücken an ihre endgültige Position verschoben und bekommen ihren endgültigen Gleisanschluss. Aus Platzgründen wird dabei auf der östlichen Brückenseite, also da, wo die S-Bahn fährt, nur eine der neuen Brücken entstehen. Die anderen neuen Brücken werden auf der westlichen Seite errichtet. Aktuell wird mit einem Baubeginn frühestens im Jahr 2028 gerechnet. Bei einem Projekt wie der Erneuerung von Großbrücken wird für die Planung deutlich mehr Zeit benötigt als für den anschließenden Brückenbau. Als Großbrücken gelten in Deutschland Brücken mit einer Länge von über 100 Metern. Das nächste Projekt auf unserem Weg ist das Kreuzungsbauwerk Wilhelmsburg. Im Gegensatz zu den vielen Brücken handelt es sich hier nicht um einen Ersatzneubau, sondern um einen Neubau. Das Kreuzungsbauwerk dient der Kapazitätserhöhung der Bahnstrecke. Bisher müssen Güterzüge, die zum Beispiel die Strecke Hafen-Skandinavien fahren, höhengleich die Personenzuggleise kreuzen. Das bereitet schon im Straßenverkehr Probleme. So zeigt zum Beispiel eine einfache Kreuzungsampel zu über 50 Prozent der Zeit rot an. Im Eisenbahnverkehr bereitet eine höhengleiche Kreuzung noch mehr Probleme. Das liegt unter anderem aber nicht nur daran, dass Züge längere Brems- und Beschleunigungswege benötigen als Straßenfahrzeuge. Laut einem Artikel im Hamburger Abendblatt verursachen die Zugkreuzungen zurzeit etwa 200 Verspätungsminuten am Tag. Mit dem geplanten Kreuzungsbauwerk sollen zukünftig die Güterzüge unter den Personenzuggleisen hindurch fahren können. Das Kreuzungsbauwerk soll 1500 Meter lang werden. Die eigentliche Unterfahrung der Personenzuggleise hat dabei eine Länge von 500 Metern. Daran schließen sich zwei 500 Meter lange Rampen an. Nach Abschluss der Arbeiten soll die Strecke am Kreuzungsbauwerk leiser sein als heute. Augenscheinlich haben im Herbst an der Strecke Baugrunduntersuchungen und Kampfmittelsondierungen stattgefunden. Eine Vorzugsvariante für das Bauwerk ist bisher noch nicht veröffentlicht worden. So, das soll es erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, ich habe in den nächsten Wochen Zeit für ein weiteres Video, um die Brückenreise Richtung Hauptbahnhof fortzusetzen.